Das ist wirklich der Hammer! Fast zeitgleich haben zwei Forschungsteams aus Deutschland und Norwegen einen Akku auf Silizium-Basis gebaut, der im Vergleich zur gewöhnlichen Lithium-Ionen-Technik weit mehr kann. Der neuartige Akku aus Deutschland beispielsweise weist die zehnfache Laderkapazität auf und auch sein Ladevorgang dauert nur wenige Minuten. What? Klicks um Science & Fiction. Hier gibt's täglich faszinierende Science-Videos, abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Und vielen Dank für euren Themenvorschlag aus der WhatsApp-Community. Herzlich Willkommen! Wer kennt es nicht? Nur noch drei Prozent Akku und das natürlich immer in ungünstigen Situationen. Beispielsweise dann, wenn man einen wichtigen Anruf machen muss oder aber noch eine dringende Nachricht verschicken will. Der Traum von allen Handynutzerinnen und Nutzern, eine lange Akkulaufzeit kombiniert mit einer kurzen Ladezeit. Ähnlich geht es wohl allen Nutzern von Elektroautos, ich kann ein Lied davon singen. Und diese Träume könnten vielleicht bald Wirklichkeit werden. Eine Erfindung aus Deutschland macht jetzt Hoffnung darauf. Ein Forschungsteam aus Kiel hat einen Akku auf der Basis von Silizium gebaut und das Ergebnis ist vielversprechend. Bisher setzt man ja in der Batterietechnik auf Grafit-Anoden. Doch bei diesem neuartigen Akku wurde als Anodenmaterial Silizium verbaut. Und es ist tatsächlich ideal dafür geeignet, denn es speichert deutlich mehr Energie als Grafit. Mit 500 Ladungen und Entladungen hat das Forschungsteam bereits vorgenommen und gezeigt, dass der Aufladevorgang gerade einmal zwölf Minuten dauert. Ein entsprechender Akku, der auf der Lithium-Ionen-Technik basiert, würde fünf Stunden brauchen. Silizium ist in der Erdhülle nach Sauerstoff das zweithäufigste Element. Es ist also breit verfügbar und hat äußerst günstige Materialeigenschaften. Zum Beispiel ist es Flammhemd, was einen weiteren Pluspunkt in der Batterietechnik darstellt. Das größte Problem dagegen bestand für das Forschungsteam aus der mechanischen Instabilität des Siliziums. Denn beim Laden dehnt es sich, Achtung, um 400 Prozent aus. Also es wird viermal so groß und kann so schnell zerbrechen. Das alles basiert auf seiner hohen Energiedichte, sodass besonders viele Lithium-Ionen aufgenommen werden. Doch wie genau hat das Forschungsteam diese Herausforderung gelöst? Sie brachten das Silizium in die Mikrostruktur eines dünnen Drahtes. So war es flexibel und konnte die starke Ausdehnung gut überstehen. Schon länger haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Bereich der Elektromobilität Silizium als großen Hoffnungsträger identifiziert. Denn, na klar, Elektroautos hätten so eine viel, viel, viel höhere Reichweite. Aber auch das Problem mit den Handy-Akkus könnte so bald der Vergangenheit angehören. Und auch andere Bateberry-betriebene Produkte könnten ja deutlich optimiert werden. Beispielsweise Hörgeräte, die so weiter verkleinert werden könnten. Nun sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Kiel daran, auch die Kathode weiter zu optimieren. Die Idee ist es, sie aus Schwefel zu bauen und so die Speicherkapazität des Akkus noch weiter zu maximieren. Das alles wäre ein absolut riesiger Fortschritt und fast zu schön, um wahr zu sein. Denn diese Idee ist nicht nur im Sinne der Forscherinnen und Forscher und der Nutzerinnen und Nutzer, sondern auch im Sinne der Umwelt. Um dann aber wirklich auch einen Durchbruch in der Akkutechnologie darzustellen, müsste dann jedoch auch der Sprung vom Forschungslabor in die industrielle Fertigung gelingen. Und fast zeitgleich. Zu dem Forschungsteam aus Kiel haben auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Norwegen an diesem Konzept getüftelt. Hier ist das Projekt schon so weit fortgeschritten, dass die Technologie nun patentiert werden soll und industrielle Tests anstehen. Auch bei der norwegischen Arbeit ging es darum, Silizium endlich in größeren Mengen als Anodenmaterial verbauen zu können. Und das trotz seiner enormen Ausdehnung beim Ladevorgang. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben das durch die Kombination von Grafit und Silizium geschafft. So wurde die Maximierung des Silizium-Anteils erreicht und durch den Grafit-Anteil zugleich eine radikale Ausdehnung verhindert. Auch dieses Projekt würde beispielsweise die Elektromobilität revolutionieren. Zukünftige Elektroautos könnten so rund 1000 Kilometer zurücklegen mit nur einer Auflagung. Und auch Smartphones könnten tagelang laufen. Doch bis wir davon dann im Alltag tatsächlich profitieren, werden wir uns bestimmt noch einige Jahre gedulden müssen. Ich kriege echt ein bisschen Gänsehaut, wenn ich da an die Zukunft mit solchen Akkus denke. Und Gänsehaut gibt es auch bei dieser Videopremiere auf dem englischen Klick zum Kanal. Smaller than a grain of rice, the tiniest computer on earth. Das gibt es hier. Einfach draufklicken. Ich freue mich auf euch auf dem englischen Kanal. See you soon. Stay tuned.